hey freunde oh ich hoffe es geht euch gut und freunde schreibt mal in die kommentare ob man mich gut hört und ob die musik gut ist also ob die nicht zu laut oder zu leise ist endlich oh ja freunde ich weiß ihr habt jetzt eine halbe stunde gewartet aber es freut mich sehr dass hier gewartet habt und dass jetzt alle da seid ja 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 perfekt okay super das hört sich doch gut an mir geht es gut geht sie auch gut ja freunde jetzt wo ich live bin und endlich wieder mit euch ein bisschen reden kann dann geht es mir immer richtig richtig gut warte mal woher kommt denn der ball habt ihr das gesehen äh warte mal freunde nur einer spielt basketball und ihr wisst genau wer das ist wer war das freunde wer war das wer wirft mich hier gerade mit dem basketball abt wisst ihr das lami das ist lami das ist lami oh alle schreiben das ist lami lami dann wollen wir doch mal schauen ob lami gerade wirklich auf dem dach hier ist und mich mit dem basketball abwirft warte mal das ist das lami das ist das lami das ist das lami das sind doch die minions oder freunde das das sind eindeutig die minions kennt ihr die minions hey wer kennt ihr denn bitte nicht wie cool ist das denn moment mal um ich komm gleich oh lami kommt gleich wieder naja ok freunde solange schaue ich mal was ihr alles schreibt ja was geht ab ey ich bin auch ein minion du bist ein minion wie hast du das denn gemacht du siehst ja wirklich abgefahren aus wie ein lami minion mhm guck mal aber nicht auf dem plakat oh yeah oh naja lami kann man so ein bisschen sagen vielleicht bist du der cousin von den minions oder so okay aber alle kennen die minions das ist cool freunde wir haben hier entdeckt überall in brookhaven sind so ähm das sind keine plakate das sind so video werbung zeugs ihr wisst schon was ich meine äh das nennt man doch plakate nein plakate sind bilder aber das sind ja bilder die sich bewegen weißt du lami wow ein video plakat jetzt komm mit die gibt es doch am kino oh ja und überall sind die hier verteilt habt ihr das schon gesehen mir ist das noch nicht aufgefallen lami hat mich darauf hingewiesen oh und auf dem plakat steht sogar dass am ersten juli ein neuer minions film kommt the rise of gnu oh yeah oh den möchte ich unbedingt gucken lami können wir ins kino gehen am ersten juli aber sowas von und ich glaube am ersten juli werden wir dann auch ein minions video machen das wäre auch eine coole idee oh freunde stimmt würdet ihr euch also würdet ihr gerne ein minions video von lami und mir sehen schreibt das mal rein dann würden wir eins machen auf jeden fall oh auf jeden fall das wäre richtig cool oder ein minions update hier im brookhaven aber so ein richtig krasses vielleicht in dem lami brookhaven da kann ich auch noch irgendwas mit minions hinzufügen oh stimmt freunde oh stimmt freunde lami könnte ja in sein lami haven etwas mit minions rein machen das ist bestimmt cool oh ich sehe gerade ganz oft ja also ich glaube die freunde als unsere zuschauer die würden sich sehr über ein minion video freuen oh ja so viele jahres oh man oh da bin ich auf jeden fall dabei freunde lasst mal jetzt alle einen daumen nach oben da ich sehe gerade noch 10 likes und dann hab dann haben wir die 100 daumen nach oben geschafft oh das geht ja wirklich abgefahren schnell so was schreibt ihr alle rein oh lasst ein like und ein abo da oh ja freunde lasst das unbedingt da damit würdet mir äh damit würdet ihr mich wirklich unterstützen und super super glücklich machen aber wo bist du hin lami hast du dich wieder umgezogen ähm einen moment ich komm gleich oh ok oh freunde ok was hat lami denn jetzt vor kommt der etwa mit einem gelben minion auto oder was was ist denn jetzt hier los was geht ab ey guck dir das mal an oh ist das etwa ein minion auto oder was hast du hier ja das kann man so sagen ok dann fahm ich mal ein bisschen rum mein äh diener hey moment mal ich bin nicht dein diener aber emily du weißt ja wie beide naja wir haben leider kein zuhause mehr wir wohnen hier im adoptionscenter und da ist gerade auch niemand da wollen wir vielleicht in ein anderes adoptionscenter fahren jetzt ist voll öde oh ja du hast recht fast nie ist jemand hier die lassen uns meistens alleine und ich glaube wir sollten mal umziehen lami das ist eine gute idee hmm na gut aber auch nur wenn die zuschauer sich das auch wünschen dann klauen wir uns einfach mal dieses auto hier und fahren in eine andere stadt um adoptiert zu werden wir brauchen eltern wer möchte uns adoptieren hohohoho stimmt wer will wer will also wer will unsere eltern werden wir haben wir haben niemanden wir haben nur uns aber wir wollen endlich in eine familie dann lami lass uns mal dahin fahren zum neuen adoptionscenter yeah und angekommen wir werden von pferden adoptiert warte was oh nein 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 folgt mir einfach ich geh jetzt in das neue adoptionscenter lami äh wo bist du denn hey lass mich nicht alleine oh ja dann komm hier einfach hinterher let's go let's go oh man im chat wollen richtig viele unsere eltern sein moment mal emily du bist verschwunden nein lass mich nicht alleine äh verschwunden nami ich bin im neuen adoptionscenter äh moment mal ich steck hier noch im auto fest äh im auto oh man ey dann komm doch einfach mal hinterher das ist richtig schön hier oh Freunde ihr wollt alle unsere eltern werden oh man ey oh ja das würden wir uns wirklich wünschen aber dann hätten wir ja tausende eltern dann hätten wir ja tausende eltern aber wo wo bleibt lami denn eigentlich oh ich komm gerade das war ein richtig weiter weg oh lami ist glaube ich auf der halben strecke hängen geblieben aber da ist er ja let's go oh 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 yeah jetzt bist du auch endlich klein oh ja aber du siehst wirklich süß aus muss ich sagen hey du moment mal was ist das denn ein lichtschwert alter 250 robux hmm oh das sind viele also ist dir das wirklich wert lami ich weiß ja nicht moment mal guck mal hier ist ein fan und guck mal der hat ein emily shirt an wie süß sieht das denn aus auf jeden fall moment mal ich glaube der kommt mir noch ein bisschen bekannt vor das ist der niklas den haben wir doch mal bewertet oder mhm wir haben ein skin contest gemacht oh ja ganz genau okay lami was müssen wir jetzt hier machen ähm sollen wir hier einfach mal reingehen wo bist du ähm ja am besten wir kaufen uns hier vielleicht ein mad kit oder sowas ähm okay du hast recht ich glaube das ist eine gute idee und gekauft let's go so falls lami sich jetzt mal verletzt dann kann ich den ganz schnell heilen sollen wir links oder rechts rein links oder rechts okay ganz schnell links ganz schnell oh let's go bist du drin ja dann lass uns ich wollte mich nach vorne setzen oh man ey vorne sitzen nur die streber ganz hinten sitzen die coolen ja lami eben ich bin halt gut in der schule ich bin ein streber ja so siehst du auch aus Emily erzähl kein unsinn ey so bin ich zu spät Freunde quatsch der live stream hat ja sozusagen gerade erst begonnen also ihr seid noch nicht zu spät ich hab ne banane gefunden ne banane warte mal wir sind im neuen adoptionscenter lami yeah alle rein da oh abgefahren dann müssen wir mal schauen was es neues gibt warte mal der sieht ja mal mega cool aus mhm der sieht echt wie ein gangster aus wird der uns jetzt adoptieren ich weiß ja nicht der sieht eher aus mhm warte mal hey willkommen zurück kinder das adoptionscenter hat dich vermisst oh wir haben das adoptionscenter doch auch vermisst oh lami hier ist ne katze so jetzt sagt er es tut mir leid dass deine letzte familie nicht funktioniert hat aber bla 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 und äh keine sorge hazel aus dem letzten jahr wird nicht mehr bei uns dabei sein und dich erschrecken oh gott oh gott weißt du noch als wir einmal adoptiert wurden von dieser hazel die hat sich einfach in einen monster verwandelt oh rede bitte nicht darüber ich hab immer noch albträume oh Freunde ihr könnt ja mal in den chat schreiben kennt ihr den ersten teil von dieser story also adoptionscenter ähm story nummer 1 das ist jetzt der zweite teil Freunde mhm das ist der zweite teil und lami hast du gesehen wir haben hier unser eigenes Bettchen oh ja ich bin hier draußen im sandkasten äh warte mal äh draußen im sandkasten oh 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 lami oh nein komm zu mir irgendwie sind die lichter ausgegangen oder so ein ein countdown warte mal ich glaube das ist ein countdown und dann müssen alle leute den stream liken oh ganz genau freunde ihr habt noch sieben sekunden äh fünf um den stream zu liken let's go und was passiert jetzt null ähm hallo 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 leute ich muss jetzt liken oh liken ähm ein notfall ein notfall äh oh 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 nein ein monster ist entkommen lami nicht schon wieder ja oh oh das monster entführt kinder was ähm das sieht wirklich nicht cool aus sieht man mich auf dem bildschirm hallo hier bin ich ja natürlich ähm okay das licht ist wieder an alles ist wieder normal aber das monster nicht dass das ins adoptionscenter kommt hm vielleicht kann der ja mit uns spielen aber wenn er böse ist dann werden wir ihn verklappen oh aber der mann sagt das sind bestimmt gefälschte nachrichten also müssen wir uns gar nicht mehr so viele sorgen machen lass uns einfach dieses jump and run machen let's go okay liebe zuschauer was denkt ihr waren das gerade falsche nachrichten also so fake nachrichten oder war das die wahrheit hm ich weiß es nicht oh mama und papa was hast du gesehen mama und papa sind da wir müssen alle in unser bettchen gehen die wollen bestimmt jetzt jemanden adoptieren und dafür müssen wir uns gut präsentieren lami na gut ich hau den direkt auf den schädel oh das ist keine gute idee ich nehm meinen medikids dann sehen die dass ich ähm Leute verarzten kann hehehehe verstehe du bist also ein Doktor ganz genau findest du nicht auch dass die mutter aussieht wie jenna jetzt mal unter uns hm da hast du schon ein bisschen recht also die haare und die beine na gut ich erst weiter an meiner banane oh okay hey guten hunger und ich glaub oh lecker lecker hehehehe guten hunger lami ich glaube die sucht sich jetzt jemanden aus und mich bitte mich nimmt sie mich oder hm wir wollen die kinder nicht trennen also adoptieren wir alle oh was und alle oh dann sind wir eine richtige großfamilie oh lass uns mal dieses mädchen hier verkloppen äh du willst das mädchen oh man lami ey okay jetzt müssen wir ins auto einsteigen und dann geht's in unser neues zuhause let's go ja alter ist das ein großes auto mhm ich wusste doch dass es eine gute idee ist ins neue adoptionscenter zu gehen ich bin der fahrer ähm ich weiß nicht ob das so eine gute idee ist lami oh man die waren bestimmt darauf schon vorbereitet ganz viele kinder mitzunehmen oh die daniela fragt habe ich etwas verpasst hm noch nicht also wir wurden jetzt von unserer neuen familie adoptiert von unserem neuen mama äh von unserem neuen papa und von unserer neuen mama und das hier ist glaube ich unser neues zuhause mhm warte mal haben wir noch einen bruder hast du das gerade gesehen oh ja wir haben einen großen bruder so abgefahren und wir dürfen wir alles machen was wir wollen in diesem riesen haus das ist max max sieht cool aus wie ein richtiger gamerboy warte mal der war ein bisschen genervt warum das denn naja der meinte wir stehlen ihm die aufmerksamkeit lass uns ihn verklappen oh ja ganz genau wir wollen die aufmerksamkeit nicht wir wollen nur essen ähm ein lolli warte mal ich will auch ein lolli nö meiner go hast du jetzt mein lolli geklaut lami oh wir müssen noch fünf stück finden oh ich hab noch einen und da vorne ist auch noch einer ich hab die toilette gefunden moment mal hier ist ein schacht ähm ähm okay warum ist hier ein schacht oh alter hier war ein schlüssel äh wow das ist interessant das ist bestimmt ein extra zimmer für dich lami hehehe oh extra nur für mich wow was ist das denn ist das etwa ein mäuseloch naja wir müssen jetzt den letzten lolli finden so ich hab den vorletzten gefunden warte mal hier ist das elternzimmer da dürfen wir nicht rein und in das kinderzimmer auch nicht mhm okay interessant aber wo ist der letzte lolli den möchte ich nämlich bekommen oh warte mal ich hab ihn gefunden let's go yeah okay wir haben alle lollis gefunden oh ihr seid die coolsten youtuber oh alicia vielen vielen dank das freut uns oh alter was ist das für ein cooles setup hier vorne oh lami ich hab's gesehen wer ist jerry oh unser nachbar also hm hier war noch eine banane im zimmer die habe ich auch noch aufgegessen oh hehehe guck mal lami drei bildschirme und der stuhl der leuchtet sogar abgefahren das ist wirklich mega cool das ist ähm mein setup oh yeah ey guck mal ich hab ein bett gefunden oh wirklich ich glaube ich geh über dir und so das ist mein bett oh hey aber stürzt nicht nach unten du zerquetscht mich ach lami du bist doch grad echt ein vielfass oh man ey so noch zwei minuten und dann gehen wir schon ins bett hi salami ich find unser neues zu hause echt cool muss ich sagen ich auch gute nacht oh ich bin schon richtig müde äh oh warte mal das war doch unser nachbar warum was macht der möchte der etwa unser setup klauen jerry ähm jerry hä hä aber warte du sagst shhh es bin nur ich und äh der eine sagt jerry es ist 2 Uhr morgens was machst du hier äh äh die nachbarschaft erkunden aber ich was sollen wir jetzt machen lami ähm hier drin bleiben oder raus mit jerry freunde was würdet ihr machen oh ja schreit das ähm oh äh jetzt konnte ich gar nicht mehr klicken und wir gehen wohl runter oh man ich weiß nicht ob das meine wahl wäre oh alter was geht denn da ab blazer was ist denn jetzt los sag mir nicht wenn wir die laser berühren dass wir sterben oder so oh gott oh gott wie heißer spiel das ist die adoptions story nr 2 der zweite teil oh gott oh gott wir dürfen nicht die laser berühren oh man ey unsere brüder und schwestern die sterben hier alle oh okay und jetzt lami ich glaube ich rüste mich auch mal mit dem baseball schläger aus freunde ihr würdet raus mit jerry gehen okay alle raus oh freunde okay wenn ihr das sagt dann habe ich nicht mehr so viel angst aber wir sind nur noch vier kinder ja alter wie cool das wird es ich möchte dir meinen geheimen treffpunkt zeigen oh oh sein geheimen treffpunkt achte auf die vorbeifahrenden autos folge mir okay lass uns ihm folgen hm okay einfach so mitten auf der straße ich weiß auch nicht vielleicht ist das ja cool oh alter okay okay interessant das machen bestimmt nur die coolen kids ja wenn du sagst ähm warte mal ist das ein baumhaus oder ein klippenhaus alter abgefahren uuuu wow das sieht ja mal richtig krank aus das sieht wirklich schön aus mhm oh es ist sehr gemütlich hier süß okay das ist wirklich oh warte mal der hängt da mit Max die ganze Zeit rum nicht dass Max wieder eifersüchtig ist ähm irgendwie habe ich Angst hier lass uns raus hier Emily äh sicher komm lieber raus das ist irgendwie voll gefährlich das ist so mitten auf dem Hügel äh was glaubst du denn dass das jetzt abstürzt ähm warte mal warte mal was sagt der die sagen ein Monster bla 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 dass da irgendwo ein Monster ist unter der Klippe oder so ähm okay aber nicht dieses Monster was Kinder frisst oder Freunde was glaubt ihr ist das eine Falle hmm also ich glaube das war eine Falle ähm lauf 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 was passiert hier äh oh oh was nein warte mal was hat der uns jetzt wirklich in eine Falle gelockt oh oh Jerry oh was machst du da äh hä lass mich runter Jerry ähm okay die Brücke ist kaputt oh oh und das Tor ist verschlossen wir stecken fest mit Jerry zusammen weiß ich jetzt nicht ob ich so Lust darauf habe oh oh sind das Schulmobber die sehen aus wie Schulmobber die sehen wirklich nicht nett aus oh 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 Frischfleisch Frischfleisch er nennt uns Frischfleisch Lami den verklappen wir okay wir wollen aber keine Probleme wir haben uns nur verlaufen so das ist unser Treffpunkt holt sie Jungs oh Mist wir haben wirklich nur Ärger am Hals aber was sollen wir jetzt machen sollen wir wegrennen sollen wir die verkloppen ich weiß es nicht na gut lass uns die verkloppen warte mal können wir hier irgendwie was ist das denn jetzt hier ja nimm das und das Lami was was machst du ich verkloppe natürlich ich bin doch kein Weichei was wirklich und bum 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 nimm das ey das hätte ich ja gar nicht von dir erwartet du bist ja richtig mutig okay let's go oh dann bin ich auch mutig wir machen euch kalt genau und komm schon der letzte Jahr wir haben die alle ich hasse Mobba warte mal also ist Jerry vielleicht doch nett ich verstehe das noch nicht so ganz jetzt regnet es auch noch ey was soll das denn okay ich ich äh warte mal wir sollen doch nicht hier rein oh doch ins Boothaus okay Kontrollzimmer was ist das denn naja ich glaube wir sollten bei Jerry bleiben Freunde was meint ihr ist Jerry nett ist das eine Falle ich weiß es noch nicht hmm könnt ihr mich bitte grüßen Karo Keks wir grüßen dich oh ihr ignoriert uns Freunde das machen wir nicht extra aber wir müssen uns gerade echt konzentrieren vielleicht können wir ja später mehr auf den Chat eingehen aber jetzt gerade wir brauchen einen Hammer wir müssen die Tür ganz genau durchbrechen ich habe ihn gefunden oh perfekt so warum hat Jerry denn jetzt ich wollte die Tür aufbrechen alter okay na gut wir können versuchen den Türknopf zu finden oder so keine Ahnung ähm äh das da oder das Türknopf oder das oder das oder das oder das ja 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 bla 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 ähm ich renn mal über alle drüber oh da ist er warte was und drück ihn äh sollen wir das wirklich drücken na gut wofür ist das denn überhaupt den Button drücken drück ihn einfach okay ich hoffe das ist die richtige Entscheidung ähm ist das die richtige Entscheidung hmm Alicia schreibt nicht da bleiben Narren du hast dich selbst gefangen ah ein Monster das ist das Monster das Kinder einführt oh Mist nein 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 schnell weg hier aber Lamy wo sollen wir hin ich weiß es nicht können wir hier überhaupt raus nein wir müssen den glaube ich verkloppen oder so warte mal fliehe vor dem Monster wie sollen wir denn hier fliehen ey hier gibt es doch gar keinen Ausgang oder äh das Monster liegt da einfach auf dem Boden wow oh oh das ist gar nicht gut Moment mal irgendwie durch das Fenster oder so nein durch die Lampe Freunde wie sollen wir jetzt fliehen Hilfe Leute ihr müsst was in den Chat schreiben wie sollen wir hier raus gehen oh können wir irgendwie mit den Sachen das irgendwie aufbrechen das Glas oder so wow Lamy ja pass auf ähm oh Gott äh warte mal ich drück mal die anderen Knöpfe okay das 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 so oh Mist ich wollte sagen Lamy lenkt ihn ab und ihr sagt mir was passiert oh ähm Moment mal und äh drück ihn los drück den Knopf ist warte mal können wir jetzt raus ja aber wo Lamy ähm keine Ahnung äh was passiert denn jetzt wer oh Max unser großer Bruder okay das ist interessant hilft Max uns jetzt etwa Alter ich dachte unser Bruder wär böse aber der ist ja gar nicht so böse oder der rettet uns er ist ein Superheld ich glaub auch Lamy ich hab's dir doch gesagt der ist ein Gamerboy so alle auf den Truck und dann geht's los let's go oh oh man ich dachte wirklich das Monster das kriegt uns jetzt ach quatsch wir sind doch schnell ey so na los Max drück auf die Tube okay okay wir müssen im Keller bleiben damit unsere Eltern uns nicht hören ähm naja wenn du das äh als eine gute Idee ansiehst dann glauben wir dem ja äh ähm es war das Bootshausmonster es war echt wir müssen uns irgendwo verstecken okay ich bin versteckt nicht nicht das Bootshausmonster es ist Zeit ich habe ein Geheimnis oh Alter was ist das denn alter was was ich habe ein Top Geheim Raum den ich nur für Notfälle benutze beeil dich geht rein oh Gott oh Gott Lami oh ey aua warte okay was ist denn hier los um Gottes Willen dann müssen wir jetzt etwa darüber springen oh Lami naja er sagt ich habe eine Obby aber die ist einfach springe ich nicht noch am Ende okay okay man kann auch nicht springen oh Mist aber jetzt Lami ich weiß nicht ob ich das oh ähm okay ah ähm 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 äh das war wohl nicht yeah wir haben es geschafft Emily aber warum sind wir ah okay und tada wir haben es geschafft ach so hehehe und jetzt sind wir oh oh was in seinem Gaming Raum oder was ist das hier Jerry oh Mann ey was macht der denn schon wieder hier ähm was sind das Duschen sind das Kameras Freunde war das eine gute Idee äh nein unser Freund Niklas ist gestorben oh Mist warte mal ähm da kommt Rauch raus wa was warte mal warum was passiert hier äh 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 Lamy wo sind wir hier gefangen wo sind wir ähm ähm keine Ahnung Emily oh äh Niklas lebt ja doch noch oh cool Jerry fehlt was ist los Max Max unser Bruder ähm Max warum fliegt Max denn Moment mal ich kann auch fliegen soll ich dir zeigen äh dann zeig mal her na gut und oh ha 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 ich kann auch fliegen vielleicht bist du ja das Monster was warte mal Max und Jerry auf der Suche nach mir Dummköpfe ihr seid alle so leicht trickbar was 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 meint er damit Lamy oh oh aber Jerry hat uns gerettet und die Kämpfe das war alles fake ähm weia das stimmt ihr habt meine Eltern genommen und dachtest dachtest du du könntest meinen besten Freund nehmen warte mal ich wollte doch nur spielen wen was für wegnehmen was reden die hier oh oh okay Zeit zu kämpfen Zeit zu kämpfen was oh man aber äh was ist denn mit Deben los alter der ist ja voll groß oh wow wow warum warum ist der so groß geworden oh Gott oh Gott das ist gar nicht gut Emily ah was war das denn alter der der ist ja mega aggressiv der wow okay interessant Emily das ist gar nicht gut der kann einfach Laser schießen was geht denn mit dem ab und der kann so riesige Steine schießen der ist ziemlich äh schräg der Typ Moment mal wir müssen diese Gitter da ab abbrechen da äh oh du hast recht können wir da drauf schlagen ähm ich glaub noch nicht Moment mal wir müssen nach oben schnell oh ah oh nein oh ich hab's geschafft Freunde ich bin einfach ein Jump and Run Profi merkt euch das Hallo Lami ich bin hier hoch geflogen hab mich teleportiert okay aber wie wie machen wir das kaputt jetzt ist der geschwächt hau drauf go und ja nein komm schon das geht nicht kaputt oder warte mal macht weiter ich versuche das nächste ja wir haben es abgefahren okay okay wow jetzt kommen wieder diese komischen Stachel Freunde oh oh Alter 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 wow 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 oh Autsch alles gut bei dir alles bestens so oh Moment mal okay was geht hier eigentlich ab ey oh man ich hab ziemlich Angst vor dem muss ich sagen oh hätte ich mir doch das Laserschwert gekauft oh stimmt du hast recht Lami aber jetzt ist es leider zu steh steh da oben oh so oh und yeah abgefahren okay Niklas ist schon wieder tot oh man ey Niklas oh man Niklas ey so okay so und jetzt schlag du auf das eine drauf und ich auf das andere okay ein 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 wir landen landen so komm schon warum geht das nicht müssen wir doch zusammen ich glaube schon komm schon okay Lami warte mal warte mal ich hab es ich bin grad angerannt gekommen oh man ey oh 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 das wird immer schwieriger oh oh okay ah 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 der wird ja immer aggressiver freunde oh 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 das ist gar nicht gut moment mal also warum hat Max unser großer Bruder eigentlich so super Kräfte und warum hasst er uns so sehr oh man wenn ich das wüsste dann könnte ich dir das vielleicht sagen aber ich weiß es leider nicht so vielleicht hat er einfach nicht so ein cooles gaming zimmer wie wir oh ja das glaube ich auch okay jetzt gleich müssen wir wieder springen Lami oh oh stimmt 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 oh 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 das sollte knapp werden spring ah oh oh doch nicht oh ich hab wirklich grad Herzrasen bekommen das war knapp ich dachte das war es mit mir nein aber das war es jetzt mit Max denn Emily der hat nur noch zwei Ketten da dran und wenn wir eine durchschlagen dann war es das mit dem glaube ich okay lass es uns ausprobieren let's go wir machen dich fertig Max aber ich glaube wir müssen alle abschlagen Lami ich glaube nicht das hält doch niemals oder oh vielleicht schaffen wir noch das zweite komm schon let's go Lami nein oh Mist oh aufpassen oh aua das ist gar nicht gut oh 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 das ist oh 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 mein Gott oh mein Gott Lami du musst wirklich auffassen oh Gott der wird immer stärker Emily hey Max wollen wir nicht mal reden du musst es doch nicht so weit kommen lassen wirklich nicht wir 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 wollen gar nichts du kannst deine Eltern behalten nach oben Emily schnell okay wir wollen wirklich nur die Süßigkeiten Max wa was Süßigkeiten oh man du denkst wieder nur ans Essen Emily hey du hast ihnen die Bandanne gegessen nicht dich Lami oh oh okay dann okay let's go let's go wir machen den fertig auch wenn wir nur noch zu zweit sind oh genau und drauf da oh komm schon noch ein bisschen oh ne ich schlag so schnell oh dass meine Finger gleich bluten let's go oh warte mal was passiert jetzt oh ja wir haben es geschafft aber warte mal wir haben es geschafft 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 he 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 haha was jetzt Jerry lebt noch ähm Oh, oh, was sagt der da? Bring uns hier einfach raus. Unser Geschäft ist hier erledigt. Was? Okidoki. Der hat Angst vor uns, Lamy. Oh, wirklich cool, Freunde. Das war wirklich abgefahren, oder? Das war richtig, richtig krass. Also Leute, lasst dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir haben es geschafft, Max zu besiegen. Und Leute, jetzt könnt ihr in den Chat schreiben, worauf habt ihr jetzt noch Lust? Was sollen wir noch machen? Habt ihr Lust auf Brookhaven? Ganz genau. Aber lasst uns wirklich jetzt gleich erstmal ins Brookhaven gehen. Wenn ihr wollt, könnte ich auch eine Abstimmung machen. Was könnten wir spielen? Wir könnten in unser, also in das normale Brookhaven gehen. Wir könnten in das Lamyhaven gehen. Oder Murder Mystery. So, Freunde, ich mache einfach mal eine Umfrage. Gib mir eine Sekunde, solange kann Lamy mit euch reden. Ok, Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. So, ich kann ja mal ein paar grüßen. Deswegen schreibt einfach mal euren Namen in den Chat. So, grüßt ihr mich, please? Silva, wir grüßen dich. Faton schreibt, das war total cool. Oh ja, auf jeden Fall. Isaac schreibt Murder Mystery. Ok, Patrick möchte aber Brookhaven. Hm. Die Sabri möchte noch eine Story. Ok, ok, Lamyhaven, Brookhaven. So, Elias, ich grüße dich. Leo, Elisa, Laura, Luca, Nico, Julia, Samira, Lynn, Tim, Diana, Diana, Derek, Jerome. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das sind ziemlich viele Namen. Aber, Freunde, jetzt müsst ihr die Umfrage bei der Umfrage teilnehmen. Mhm. Und dann können wir machen, was ihr wollt. Also, was ihr sehen wollt. Oh, Lamyhaven ist bis jetzt ganz vorne. Mhm. Oh, nee, warte mal, Brookhaven. Oh, ok, Freunde, aber ihr müsst wissen, zwar kann man coole Sachen im normalen Brookhaven machen, aber da können viel weniger Leute rein in Lamyhaven. Denkt daran, in Brookhaven, wie viele können da rein? 17? Ich glaube, nur 16 oder 18 Leute. Und, Freunde, falls so viele mitspielen wollen wie möglich, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen schlauer, wenn wir in das Lamyhaven gehen, also Mainbrookhaven. Da können nämlich 100 Leute oder so rein, aber ihr entscheidet natürlich. Ok, wir haben schon 103 Stimmen, das ist abgefahren. Und noch ist Brookhaven vorne, aber, Freunde, vergessen nicht, wenn ihr eine höhere Chance habt, mit uns zu spielen, also wenn ihr unbedingt mit uns spielen wollt, dann ist die Chance höher, wenn wir in das Lamybrookhaven gehen. Ganz genau. Denn dann können 100 Leute reinkommen. So. Ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall ein Brookhaven, also Brookhaven oder das Lamybrookhaven. Und danach noch eine Runde Murder Mystery. Oh, das finde ich gut. Aber ich glaube, diese Leute sind mehr für das normale Brookhaven, auch wenn wir denen das jetzt gesagt haben, Lamy. Mhm. Das heißt, Freunde, es können leider nicht so viele von euch mitspielen, auch wenn jetzt viele im Chat schreiben, lieber Lamyhaven. Hm. Warte mal. Okay. Ich dachte, es steigt noch um, aber ich glaube, es wird das normale Brookhaven. Und, Freunde, ich sehe gerade, wir sind schon fast, okay, wir sind 337 Zuschauer. Das ist wirklich richtig cool, muss ich sagen. Mhm. Auf jeden Fall. Also, Freunde, wie gesagt, Murder Mystery spielen wir noch auf jeden Fall. Ähm, nach einem Brookhaven oder dem Lamy Brookhaven. Aber erst mal müssen wir mit euch zusammen ins Brookhaven gehen. Mhm. Okay, ich beende, glaube ich, jetzt gleich die Umfrage, weil es bleibt, glaube ich, bei dem normalen Brookhaven. Okay, okay, okay. Freunde, ihr wolltet es so. Okay, Freunde, so, dann würde ich sagen, Lamy, gehen wir in das normale Brookhaven rein. Äh, die Leute mögen mein Spiel nicht. Äh, das stimmt doch gar nicht. Es haben so viele auch für dich gestimmt, Lamy. Ich liebe dein Brookhaven. Freunde, schreibt alle rein, dass ihr Lamys Brookhaven liebt. Das ist wirklich abgefahren mega cool. Oh, ich habe gerade Jump'n'Run einfach so gemacht. Habt ihr das gesehen? So. Okay, und die Leute wollen auch den Link haben. Dann würde ich mir sagen, gehen wir mal ins Brookhaven rein, oder? Oh, ja. Ich folge dir dann einfach hinterher. So, ich habe den Link jetzt. Guck, es schreiben ganz viele, dass dein Brookhaven geil ist und cool und toll. Und jeder mag dein Brookhaven. Mach dir keine Sorgen, Lamy. Ja gut, ich glaube euch. So, alle wollen den Link. Dann würde ich sagen, gehe ich mal auf den Server drauf. So, und drauf da. Okay, Freunde. Ihr müsst jetzt wirklich richtig, richtig schnell sein. Denn wie gesagt, es kommen jetzt nur auf diesen Server im Brookhaven, in dem richtigen Brookhaven, nur 16 Leute von euch hier drauf. Das heißt, es wird ziemlich, ziemlich schwer. Wir sind ja gerade über 300 Zuschauer. Und dass nur 16 Leute reinpassen, das wird richtig schwer, hier reinzukommen. Also, ich sag mal so, bei meinem Brookhaven passen 100 Leute drauf. Da hätten mehr von euch die Chance gehabt. Aber ihr wolltet es selber so. Vielleicht gehen wir am Ende ja nochmal auf dein Brookhaven. Wir können ja jetzt hier ein bisschen was spielen. Dann spielen wir eine Runde Mörder Mystery. Und nachher, vielleicht, wenn noch was Zeit da ist, können wir noch auf dein Brookhaven. Okay, Lamy? Ist ja gut. Na gut, Freunde. Klickt jetzt alle auf den Link. Ich habe den jetzt reingepostet. So, alle draufklicken. So, dann wollen wir mal gucken, wer die Ersten sind. Oh, ja, Freunde. Der Link ist jetzt da. Let's go. Alle draufklicken. Und vielleicht habt ihr Glück. Und kommt rein. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Oh, hier ist schon. Wow. Die hat sogar das Lamy Army T-Shirt an. Oh, ja. Aber ich glaube, das Kätzchen hier war die Erste. Guck mal. Ganz viele Emily Shirts. Oh, let's go. Oh, Freunde. Moment mal, ein Geist. Oh, Hilfe. Mich macht das wirklich mega glücklich, wenn ich euch mit dem Emily Shirt sehe. Natürlich ist das Lamy Shirt auch cool. Aber unter uns, das Emily Shirt ist halt einfach cooler. Hä, was soll das denn heißen? Bei mir sind halt einfach Erdbeeren drauf, Lamy. Du musst das akzeptieren. Na gut. Okay, Freunde. Abgefahren. Habt ihr jetzt Lust auf eine Runde Polizist und Räuber? Ja, also Krimineller. Oh, stimmt. Oh, ja. Darauf habe ich, glaube ich, auch Lust. Das haben wir ja wirklich lang nicht mehr gespielt. So, kommt alle mal zur Polizei. Und dann würde ich sagen, die, die Krimineller sein wollen, die ziehen das Orangene an. Und die Polizisten, die Polizistenanzüge. So, Lamy, was möchtest du denn überhaupt sein? Hm, lass mich lieber wissen, was möchtest du sein? Hm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich weiß es nicht. Polizist oder Krimineller? Also, ich bin auf jeden Fall Team Polizei. Oh, wirklich? Okay, dann bin ich eindeutig Team Krimineller. Let's go. Ich möchte die Bank ausrauben. So, dafür brauche ich aber auch eine Waffe. So, ich hoffe, es sind aber auch viele Polizisten diesmal wieder dabei. Ich glaube schon. Cool. Dann wärt ihr nämlich im Team Lamy, also im Team Polizisten Lamy. Du musst dann noch einmal die Regeln erklären für alle, die hier drin sind. Und dass alle auch verkleidet sein müssen. Also, jeder muss einmal die Verkleidung haben, wo er im Team ist. Also, Team Kriminell oder Team Polizei. Und man darf keine Fahrzeuge nutzen, Freunde. Fahrzeuge sind hier verboten für die Gefangenen. Ganz genau. Und, Freunde, die Polizisten haben ja einen Einkaufswagen oder einen Rasenmäher oder irgendwas, womit die uns fangen können. Und wenn ihr als Krimineller da einmal drin seid, dann dürft ihr auch nicht wieder raushüpfen. Also, ihr müsst euch ins Gefängnis stecken lassen. Und dann könnt ihr ja entweder fliehen oder vielleicht lassen die Polizisten euch wieder raus. Das müsst ihr dann gucken. Aber wenn ihr gefangen seid, bitte ins Gefängnis bringen lassen. Genau. Und im Gefängnis muss man dann noch eine Strafminute absitzen. Mhm. Okay. So, ich wollte jetzt schon gefangen. Aber es geht ja noch gar nicht los. Schaut mal, ich bin jetzt hier im Einkaufswagen drin. Dann werde ich hier hingebracht, auf den Boden geklatscht und muss hier erst mal verweilen. Ganz genau. So, Freunde. Ich würde sagen, die Kriminellen kommen jetzt einmal vor die Tür. Dann geht es nämlich jetzt gleich schon los. Wie viele Polizisten gibt es denn überhaupt? Ich bin auf jeden Fall ein Polizist. Der Ray auch. Und hier ist noch einer. Ich glaube, hier sind drei oder vier Leute. Ja, hier vier. Das sollte schon reichen. Okay. Meint ihr wirklich, ich schaffe es, uns alle zu fangen? Ja, ja, klar. Okay. Dann würde ich sagen, geht es jetzt los. Die Kriminellen können die Bank ausrauben. Seid ihr bereit, Polizisten? Ihr auch? Genau, wir sind bereit. Und wir können es ja auch mal so machen. Jeder, der gefangen wird, darf nicht mehr rausgehen. Also der muss im Gefängnis bleiben. Oh, das ist auch eine gute Idee. So, zack. Einmal die Karte nehmen. Und dann wird die Brookhaven back. Ähm, warte mal. Die ist ja schon ausgeraubt, Freunde. Oh, Mann, ich mach mal so den Sound etwas an. So, ähm, naja, also kein Geld für uns heute. Was ist das denn? Oh, ich schreibe jemanden. Kannst du meine Freundin Carolin grüßen? Carolin, ich grüße dich. Oh, ja, Carolin, ich grüße dich auch. So, Gwerge. Hä? So, Freunde. Dann haben die Polizisten... So, die Bank kann wieder ausgeraubt werden. Warte mal, wo sind meine Sachen? Oh, das Geld ist schon weg. Okay, danke schön für das Geld. Okay, dann würde ich sagen, müssen wir uns jetzt erstmal ein bisschen verstecken. Vor den Polizisten. So, wen haben wir denn hier? Und... Moment mal, da sind Gefangene. Na los, ihr kommt ins Gef... Oh, oh, Mann, oh, Mann. Freunde, keine Fahrzeuge. Warte mal. Genau, Skateboard oder Hoverboard, das ist alles verboten. Und auch Fahrrad. Sonst ist das ja viel zu einfach. Oh, warte mal. Ist das schon ein Polizist? Wo sind die Polizisten denn? Die ganzen Kriminellen sind hier unterwegs. Oh, warte mal, wir kriegen euch schon. Warte. Der hat mich einfach getrollt. Ich dachte, der gehört zu uns. Aber der war einer von den Geheimagenten. Ein Swat also. Äh, Alter, ich krieg die irgendwie nicht mehr bewegt. Ich wurde einfach gefangen genommen. Das kann doch nicht sein. Freunde, das ging viel zu schnell. Haha, ich hab auch einen gefangen. Oh, Mann, sag jetzt aber nicht. Ich muss im Gefängnis bleiben. Freunde, ich muss hier irgendwie rauskommen. Vielleicht kann ich Lami ja ein bisschen bestichen. Ihr wisst schon, was ich meine. Na gut. Oh, Moment mal, Emily. Da bist du ja. Oh, hallo, Lami. Weißt du, was ich für dich habe? Lami, wo bist du? Äh, ich komm ja schon wieder. Moment mal. Oh, ich wurde festgenommen nochmal. Oh, so viele Kriminelle. Lami, willst du nicht mal zu mir kommen? Ja, was ist denn los, ey? Okay, komm mal her. Ich hab was mit dir zu besprechen. Ja, sag mal. Ich hab was für dich. Schau mal. Ein leckerer Donut mit Schokofüllung und Zuckerglasur. Erste Sahne? Lami? Kein Interesse. Ciao. Willst du mich nicht rauslassen? Nö, danke. Oh, das hat gar nicht geklappt. Naja, dann esse ich den eben selber. So, jetzt, wie kommen wir aber raus, Freunde? Sind alle Kriminellen schon gefangen? Äh, fast alle. Was, wirklich? Das ging aber wirklich schnell. Vielleicht sehen wir irgendwas draußen. Warte mal, ich glaube, ich brauche mal ein Fernglas. So. Dann wollen wir mal gucken. Und zack. Äh, da hinten war doch noch jemand, Freunde. Aber ich glaube, kein Krimineller mehr in Sicht. Hm. Moment mal. Bleib stehen. Ah. Jetzt wird dich selber noch eingesperrt. Moment mal. Was sollte das denn? Was? Oh Gott, Freunde. Ich sehe wirklich. Wie soll ich denn noch etwas sehen, wenn ich hier draußen rumliege? Oh Mann, okay. Ich gehe ja schon wieder ins Gefängnis. Oh. Da draußen ist noch einer. Ein Gefangener. Äh, was? Wo? Äh, nee. Ich habe, äh, das war nur ein Spaß. Oh Mann. Kannst du uns nicht hier einfach rausholen? Hey. Hol uns raus. Hä? Wo bist du denn? Äh, ich bin nirgendwo. Okay. Ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen verstecken vor Lamy. Emily, wo bist du? Ähm, ich bin nirgendwo. Wo bist du denn, Lamy? So, zack, Adelina. Ich grüße dich, aber du kommst ins Gefängnis. Lamy, möchtest du nicht vielleicht doch noch den Donut haben? Wo bist du denn? Ich bin im Gefängnis, Mann. Ach so, ja, okay. Na gut. Moment mal, dann können wir noch mal reden. Guck mal, dieser Donut mit Schokofüllung und Zuckerglasur ist wirklich abgefahren lecker. Fühlst du nicht einen Biss gegen einen Freilauf nach draußen? Hm, na gut. Gut, aber mir gehört der ganze Donut, okay? Ja, ja, klar. Warte mal. So, ähm, bleib mal stehen. Zack. Und da hast du ihn. Ja, okay. Ich gucke für eine Sekunde weg. Okay, Freunde. Oh, nein, nein, nein. Ich muss hier schnell raus. Das hat niemand gesehen, dass ich hier geflüchtet bin. So, ähm, so. Helikopter nehmen. Und ich würde sagen, weg mit uns. Zack. Und wir haben sogar noch ein paar Kriminelle mitgenommen. Yeah, abgefahren. Lamy hat uns wirklich für einen angebissenen Donut rausgelassen. Oh, Mann, der ist wirklich verfressen, ey. Moment mal, das war aber nicht der Plan, dass du auch den Helikopter klaust. Let's go. Und jetzt einfach nur weg hier. Freunde, wo sollen wir hin? Sollen wir vielleicht auf die Yacht und uns ein schönes Leben machen? Ohne Polizisten? Oder sollen wir auf den Berg und noch ein bisschen rumfliegen? Hm, was sagt ihr? Ich glaube, wir genießen ein bisschen das Yachtleben. Let's go. Und raus hier. Okay, jetzt können wir ganz entspannt hier das Leben genießen. So, mach mir doch das Feuer an. Ich glaube nicht, dass die Polizisten uns so leicht hier bekommen. Und einen Donut habe ich ja auch noch. Oh, ich grüße dich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Namen aussprechen kann. Oh Mann, warte mal. Was, was war das? Habt ihr das auch gesehen? Warte mal. Sehe ich das richtig? Hände hoch! Oh, Polizisten? Oh Mist, ey. Wie konnten die uns denn schnappen? Oh nein, ich muss, ich muss wegrennen. Komm her, Emily, ich krieg dich. Oh nein, Lami, diesmal nicht. Ich werde mich nicht so einfach fangen lassen. Das kannst du vergessen. Oh doch, nur eine Sekunde und... Moment mal, die hat sich geopfert. Oh, die hat sich geopfert für mich? Freunde, wie nett war das denn bitte? So, ich mache ein neues Gefängnis auf. Ich eröffne eine Militärbasis. Und da werde ich die ganzen Gefangenen jetzt lagern. So, let's go. Ich würde sagen, dann stauben wir uns noch ein bisschen Geld ab. Genau, auf hier. Ähm, so. Naja, haben wir auch einen Geldbeutel. Und los geht es in die nächste Runde. So, Freunde, aber diesmal lasse ich mich wirklich nicht fangen. Und, Juliana, ich grüße dich natürlich. So, niemand... Komm her. Ich wollte, dass du kommst. Oh, 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 oh. Noch ein bisschen. Nein. Oh, komm schon. Ich wollte doch nur zu Starbrokes. Oh, Mann, ey. Warte mal, ich gehe zu Starbrokes. So. Leider konnte ich mir nichts abstauben. Aber Lamy ist mir wirklich sehr, sehr nah auf den Fersen. Das kann doch nicht sein. Nein. Aber er wird mich niemals bekommen, Freunde. Dafür werde ich sorgen. Hey, Moment mal. Fahrzeuge sind verboten. Schau. Oh, Lamy. Das muss ich leider aussagen. Also, beziehungsweise, ich muss Lamy recht geben. Fahrzeuge sind wirklich verboten. Oh, Mann, Lamy. Hey, Tim. Lass mich in Ruhe. Du wirst mich wirklich niemals bekommen. Oh, ist das meine Rettung? Hey, nimm mich mit, bitte. Ach, Tim. Das ist ein Polizist, oder? Komm schon, der muss sich fangen. Oh, Mist, was ist denn jetzt hier los? Ein Polizeiauto? Eine Militärbasis? Das ist mein Gefängnis. Lamy? Warte, was? Ein, oh, oh, wow. Warte, ich muss, ich muss in den Helikopter. Hey, bleibt stehen. Nimmt mich mit. Bitte, 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 bitte. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Nein, ich habe die falsche gefangen. Nein. Warte mal. Lamy ist ja gerade eingestiegen. Das kann doch nicht sein, Freunde. Ah, was passiert hier? Wir haben uns gegenseitig gefangen. Oh, Mann. Aber niemand bekommt nicht. Ich könnte hier einfach entspannt chillen. Und niemand könnte mich fragen, wie langweilig. Oh, das geht gar nicht mit dem Geld in der Hand. Du bist zu dick dafür. Warte, was? Das geht nicht? Oh, okay. Das ist natürlich unfair. So, aber ich veräppel dich ein bisschen. Und veräppelt. Ja. Oh, Mann, ey. Kommt schon. Freunde, guckt euch das an. Lamy, ihr bekommt mich einfach nicht. Oh, Mann, ich kann nicht mehr. Wirklich. Ich lache mich schrott. Und weg mit dir. Oh, nein. Und über dich. Okay, Freunde. Oh, Mann. Das wird echt langsam anstrengend zu rennen. Warte. Oh, noch ein Haus. Und kein Polizist kriegt mich. Warte mal. Ich glaube, mich kann wirklich niemand nehmen. Ich bin einfach... Ja, das geht gar nicht, du Schummler. Mega abgefahren, cool. Deswegen könnte mich niemand fangen. Ja, ja, du bist gar nicht gut. Du bist einfach nur gut im Schummel. Okay, aber theoretisch hast du mich ja gefangen, Lamy. Also gehe ich freiwillig in dein Gefängnis. Ja, aber in mein Gefängnis. Komm mit, Emily. Okay, Freunde, ihr habt es gesehen. Ich konnte leider nicht gefangen werden, weil ich einfach zu gut bin fürs Gefängnis. So, okay, dann komm einfach mal rein. Okay, dann fühl mich mal. Aber warum muss ich denn in ein Extra-Gefängnis? Bin ich etwa extra kriminell oder was ist hier los? Mhm, ganz genau. So sieht es aus. Einmal hier alle reingehen. Na los, rein mit euch. Freunde, na ja, eigentlich, ich habe mein Geld. Ich habe meinen Donut. Ich habe sogar ein Fernrohr oder wie nennt man das nochmal? Fernglas. Ich habe das hier. Und, Freunde, ich habe das hier. So, warte mal, wer macht die ganze Zeit die Tür auf, hä? Tim, das bist bestimmt du, so. Und du kommst jetzt in die Hölle. Wow, wow, wow. Okay, Lamy. Okay, warte mal. Wow, wir können uns hier doch nicht einfach eine Bombe zünden. So, jeder, der hier irgendwie frech wird, der kommt in die Hölle. Das sage ich euch. Mhm, Freunde, mit meiner letzten Geheimwaffe kann ich ja theoretisch hier rauskommen. Lamy muss nur zwei Sekunden weg oder so. Hey, was bist du denn hier für eine? So, Moment mal, du denkst auch, du kannst hier irgendwie rumtrollen. So, Elisa, du kommst auch in die Hölle. Wow, wow, wow. Warum musst du das immer neben mir anmachen? Sag mal. Ich? Moment mal, das bin ich doch gar nicht. Nein, bist du nicht. Nein, das ist deine Freundin da, die Janis. Warte mal, welcher ist denn überhaupt der richtige Lamy? Lamy, du? Ähm, nö. Oder du? Ähm, nö. Oder du? Ähm, nö. Bist du Lamy? Äh, ja. Oh, da ist Lamy. Yeah, was geht ab, ey? Okay, Lamy, aber weißt du, ich habe gesehen, in deinem Ofen brennt deine Pizza ab. Möchtest du die einfach so abbrennen lassen? Hm, Moment mal, was geht hier eigentlich ab, ey? Wie seid ihr alle ins Haus gekommen? Das war doch abgeschlossen. Oh Mann, also, willst du die Pizza wirklich abbrennen lassen, sodass die schwarz ist? Nein, eigentlich nicht, ich muss zur Pizza. Okay, dann wollen wir mal die Tür aufbrechen. Let's go. Raus hier, Freunde, zack. So, aber Freunde, ich muss jetzt irgendwie einen Weg rausfinden. Und das ist wirklich nicht so leicht. Lamy's Haus ist wie ein Labyrinth. Warte mal. Habe ich es geschafft? Nein, das war der falsche Weg. Oh Mist, oh Mist. Okay, okay, okay. Das war ein kleiner Fehl. Aber noch ein Versuch. So, müssen wir hier. Oh nein. Komm her, Emily. Da sollten wir nicht lang. Oh Mist, ey. Das kann doch nicht sein. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich machen? Ich muss hier irgendwie wegkommen. Oh, da habe ich dich. Moment mal, hä? Was ist denn jetzt passiert? Kriegst du mich wieder nicht geschnappt? Nö, du bist zu dick dafür. Zu dick? Hm, glaube ich nicht. Und? Und raus hier? Hallo? Ah, ich fahre einfach aus der Map, ey. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, okay. Ich gebe zu. Ich wurde wieder gefangen, ey. Dann muss ich jetzt in Lamy's Gefängnis oder kann ich auch mal ins normale Gefängnis? So, ich komme jetzt erstmal alle raus aus dem Haus. Wow, okay. Abgefahren. Dann, vielleicht sollte ich mich auch einfach mal refreshen. Dann kann man mich auch wieder schnappen. So, Freunde. Eine Sekunde. Und, Alter, wir haben sogar die 300 Daumen nach oben geknackt. Freunde, wenn wir die 400 Daumen nach oben knacken, dann habe ich gehört, dass Emily... Hm, dass Emily... Hm, dass Emily... ...Mörder Mystery mit euch spielt. Okay. Ich glaube, es wird auch Zeit für Mörder Mystery. Weil ich kann mich auch nicht mehr zurücksetzen. Freunde, ich halte jetzt einfach fest, ey. Let's go. Okay. Also, Freunde. Seid ihr bereit für Mörder Mystery? Ich hoffe doch. So. Wann spielt ihr Mörder Mystery 2? Okay, ich glaube, das ist der perfekte Übergang. Äh, Übergang. Übergang. Dass wir jetzt Mörder Mystery spielen. Freunde, ich hoffe, ihr habt auch Lust darauf. Hm, ich hoffe auch. So, dann gucke ich schon mal nach einem Mörder Mystery Server gefunden. So, ja, okay. So, ja, okay. Ich glaube, ihr seid... Ach, oh mein Gott. Ihr seid wirklich alle bereit für Mörder Mystery. Okay, Freunde. Gar kein Problem. Machen wir sofort. Freunde, dann müsst ihr jetzt auch auf den Link klicken. Ich schicke ihn euch rein in den Chat. Eine Sekunde. Also, nur zehn Leute von euch rein. Ich muss noch kurz joinen. So. Okidoki. Okidoki. Mhm. Let's go. Okay, Freunde. Es geht ab jetzt. Und alle wollen den Link haben. Den bekommt ihr jetzt auch. So. Moment mal, wir sind gar nicht im selben Server, oder? Was? Also, eigentlich bin ich zu dir gekommen. Bist du das? Ok, du bist im selben Server. Ok. Na gut. Und wir sind 400 Zuschauer. Let's go. Wie abgefahren. So, weg damit. Ok, ich wusste es, Lamy. Na gut, Freunde, ihr müsst jetzt alle auf den Link klicken. Klickt alle auf den Link. Klickt alle auf den Link. Es kommen nur neun oder zehn Leute von euch rein. Ok. Du bist also Sheriff? Ähm, nö. Nö? Bist du unschuldig? Äh, ja. Äh, ok, interessant. Und wo bist du? Ähm, keine Ahnung. Keine Ahnung, sagst du? Ja. Bist du vielleicht hier irgendwo? Äh, äh? Bist du vielleicht auf dem Jungklo? Ähm, ja. Was machst du denn da? Auf dem Jungklo? Ja, auf dem Jungklo. Ach, ein bisschen chillen und du? Ähm, ja, ja, auch. Aber, oh, ok, 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 ok. Oh, nein. Hä? Wie habe ich das denn gemacht? Warum sind da zwei Lamis? Warte mal. Du hast den falschen Lami umgeschnetzelt. Äh, was? Wie kann das denn sein? Aber ich habe gewonnen. Darum ging es ja. Moment mal, der Server ist wieder voll. Let's go. Oh, ok, wie cool. So, ich hoffe, dass jetzt auch mal andere hier reingekommen sind und nicht immer die gleichen Freunde. Ich hoffe, dass wirklich, dass jeder die Chance bekommt und einmal ein bisschen Abwechslung ist. Ich würde ja am liebsten mit euch allen spielen. Das wisst ihr, aber ich glaube, das wäre abgefahren. Alter, guck uns mal an hier. Wir machen einfach gleichzeitig den Rückwärtssalto. Oh, sehr, naja, gleichzeitig nicht. Oh, fast Lami. Oh, let's go. Ok, ich bin also Mörder, wie ihr gesehen habt. Mhm, ich bin auch Mörder. Irgendwas stimmt da nicht. Ich bin Mörder heute also, wie kann das denn sein? Na gut. Ich wette, so wie ich wieder Glück habe. Was ist das denn? Meine Katze backt durch mich durch. Oh Gott, oh Gott. Oh, warte mal. Oh, das Messer. Hilfe, der Pony. Der Pony, der Teddy meine ich. Gott, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, 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 Hilfe. Also, Easy Cheesy macht uns hier gerade alle fertig. Das war richtig knapp, Freunde. Ich war noch nicht drin, Freunde. Das tut mir wirklich leid. Oh Mann, ey. Das tut mir wirklich leid. Ey, du musst uns backdaten. Äh, was denkst du denn, was ich hier gerade mache? Keine Ahnung. Äh, meinst du, ich... Ach, egal. Na ja. Kriegst du es hin, Lamy? Oh, warte mal. Die Waffe, die liegt drin, Lamy. Okay, die hole ich mir. Oder auch nicht. Ah. Okay, brenn. Oh, der hat schon die Waffe. Der hat die Waffe nicht mehr. Die hängt jetzt oben über der Treppe. Warte mal, wo bist du? Über der Treppe? Ja, draußen, wenn man reingeht. Okay. Diese kleine Treppe da. Okay, Lamy. Okay, du kannst die Waffe jetzt holen. Ich zeige dir, wo die ist. Ganz genau jetzt über dir. Ah. Let's go. Verstehe. Mhm. So. Ah. Nein. Ah. Du schaffst das, Lamy. Ich schaffe das nicht. Du schaffst das. Du schaffst das. Lamy. Nein. Nein. Nein, Freunde. Ich bin zu fett, ey. Lamy ist ein Noob. Oh, Mann, ey. Okay, dann müssen wir es die anderen zwei schaffen. Freunde, wir verstecken. Ähm. Oh, weia. Das war's nicht easy cheesy. Du kannst dich hier nicht einfach verstecken. Hol dir die Waffe und schnetze sie um. Oh, Mann, ey. Die kämpfen ja richtig. Okay, aber hat die Map sich verändert? Oh, Alter. Irgendwie sieht die Map anders aus oder bin ich gerade doof? Ja, du bist gerade doof. Ach so, interessant. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Das können wir leider nicht sehen, oder? Moment mal, warum versteckt ihr sich im Auto? Da wird ja doch jetzt geschnappt, oder? Ich weiß es nicht. Hey, du da. Renn doch mal raus. Nimm die Waffe und erledige das für uns. Oh, wei, oh, wei. Okay. Oh. Okay, wir hatten ihn aber noch nicht gefunden. Und? Ich glaube, da drin ist er nicht. Nee. Hä? Hm. Was? Ich glaube, der war draußen in dem Wagen. Ich weiß es aber nicht. Ah, verstehe. Okay, okay. Wusste ich auch gar nicht. Die Map ist anders. Freunde, die Map ist doch anders. Nein, die ist gleich so wie immer, Mann. Oh. Oh, oh. Ähm. Oh, oh. Mach doch jetzt nicht die Tür zu, bitte. Die kannst du. Oh, nein. Okay, die Zeit ist vorbei. Eine interessante Runde auf jeden Fall. Oh, Mann. Easy cheesy. Das heißt, der wollte den nicht umschnetzeln. Der wollte es darauf anlegen. Interessant, interessant. Oh, weißt du noch, wo ich so Vitamine in einen Hinterhalt umgeschnetzelt habe? Oh, ja, du kleiner Fiesling. Oh, das war wirklich lustig, Freunde. Wenn ich auf dieser Map, ähm, Mörder bin, werde ich das natürlich nochmal machen, damit das klar ist. Das war die Taktik. Wie sieht denn V-Ray X auf einmal aus, ey? Das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Oh, schade. Äh, ach, hör auf zu lügen. So, ich nehme jetzt die Waffe hier und dann schnetze ich einfach eigenhändig alle um, Freunde. Die Waffe? Moment mal, welche Waffe? Oh. Da lag, äh, da hing eine Waffe, so eine Notfallwaffe, weißt du? Oh, oh. Hm? Oh, oh. Hä? Da werden ein paar Leute umgeschnetzelt. Oh, oh. Nein, ich, äh, ich glaube, es ist der böse V-Ray X. Lauf, 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 lauf. Oh, Gott, oh, Gott. Warum rennt er mir hinterher? Ich weiß es nicht. Ich werde es mal beobachten. Lass mich in Ruhe. Warum ist der so schnell, ey? Ah! Ich wusste es doch. Ich wusste es. Oh, Gott, oh, Gott. Das ist gar nicht gut. Und der ist auch noch so schnell, ey. Lamy und V-Ray X, äh, hier. Da hat jemand die Waffe. Oh, aber V-Ray X sieht wirklich süß aus. Alter, ich habe einen coolen Raum gefunden. Äh, warte, ich gucke mal. Wow. Der ist doch neu, Lamy. Die haben hier was Neues gemacht. Oh, Mann, ey. Hier ist nichts neu. Oh, ich habe so lange kein Murder Mystery mehr gespielt, Freunde. Für mich sieht alles neu aus. So. Okay, da ist die Waffe. Oh, okay. Komm schon. Schafft er das? Oh, oh. Nein, ich habe es nicht. Hat er nicht geschafft, aber ich glaube, so leicht lässt V-Ray X niemanden an diese Waffe ran, Lamy. Oh, wei, oh, wei. Das ist gar nicht gut. Oh, Mia, ich grüße dich. Aber wo sind jetzt meine Erdbeeren? Ah! Oh. Oh, Lamy. Nein, weg da. Und Kata, auch dich grüße ich. So, wir müssen eigentlich... Wow, 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 wow. Lamy, du solltest weg. Lamy, du solltest irgendwas tun. Hilfe! Ah! Nein! Oh, Manu! Ich habe es leider nicht gesehen. Aber wie viele leben noch? Okay, zwei Leute. Easy Cheesy lebt noch. Warte mal. Die hat die Waffe. Let's go! Oh, perfekt, Moment mal, das will ich jetzt sehen. Komm schon, Easy Cheesy, du musst ihn platt machen. Alter, die hat eine richtig coole Waffe, also so einen richtig coolen Skin. Die sieht aus wie so eine Wasserpistole. Äh, nein, wie so eine Laserpistole. Hm, eine Wasserlaserpistole. Hm, okay. So, okay, wo ist VREX? Guck mal da, bei VREX ist die Notfallwaffe. Naja, egal. Gucken wir mal wieder, was Easy Cheesy macht. Warte mal, der hat den anderen schon weggeschnetzelt. Okay, jetzt kommt das Eins gegen Eins und... Und? Aber ich glaube, VREX macht das Ding. Ja, das glaube ich auch. Oh, Kampf der Giganten. Let's go, Easy Cheesy. Komm schon. Oh, nein, oh, Mann, ey. VREX ist einfach zu krass, ey. Das stimmt, ey. Das ist mega unfair. Irgendwie kommt es mir vor, als ob der schneller ist als wir alle. Hat sich das bestimmt gekauft, Lamy. Der ist einfach OP. Gibt es hier wirklich so einen Sprintbooster? Das gibt es wirklich, Mann. Echte Lineage... Okay, wo? Das muss man sich für 400 Diamanten kaufen. Ach, Sprint. Und das ist ja einfach schneller. Okay, aber Freunde... Oh, jetzt konnte ich gar nicht voten. Ich glaube, ich mache das lieber auf die normale Art und Weise. Ihr wisst schon. So, äh... Francesca, ich grüße dich. Aber ich bin leider wieder unschuldig. Oh, Manu. Oh, ich bin Mörder. Hm, das würde ich jetzt auch sagen, ey. So, und diesmal lasse ich mich nicht so schnell töten. Oh. Upsi. Wow. Was ist los? Oh. Das geht ja richtig ab in der Mitte. Was? Das ist ja Mörder. Oh. Oh, okay, okay, okay. Ah. Nee, 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 nee. Wir gucken von außen mal zu. Das war... Schon gewonnen. Was? So schnell? Ja, natürlich. Warst du das? Nö. Oh, okay. Ich hätte schon gedacht, ey. Das wäre ja unmöglich gewesen. Hä? So. Dann wollen wir mal diesmal voten. Bitte kannst du mich grüßen. Heiße Alisha. Alisha, ich grüße dich. Ich grüße... Und auch die Emma. Und Emma grüße ich auch. Und Lamiami grüße ich. Und Patrick grüße ich. Und ich grüße auch Lia. Und ich grüße... Lamiami habe ich schon. Und Jonas, dich grüße ich auch. So, der Tim. Was geht ab, ey? Nadine, schreib cooles Video. Moment mal. Das ist ein Stream. Oh, das stimmt voll. Oh, Mann. Ich bin wirklich nur noch unschuldig, ey. Ich bin Mörder. Du bist... Lami, bist du das? Ja. Ähm, Tschüssikowski. Geh weg von mir. Und nimm das. Nee, nee, nee. Das kaufe ich dir nicht ab. Oh, oh. Bist du das hier auf dem Boden? Hä? So schnell? Ja. Ich wurde direkt umgeschnetzelt. Sehr gut. Oh, yeah. GG, Freunde. Könnt ihr meine Freundin Emilia grüßen? Emilia, wir grüßen dich. Emilia, wir grüßen dich. Und auch Nadine. Und... Mihero. Ähm, Rebecca. Ich dachte auch My Hero. Ähm... Nadine, wir grüßen dich. Ähm, heiße Emily. Emily, ich grüße dich. Cooler Name übrigens. Und Massi. Oh, das geht so schnell. Massimiliano? Oh, ja. Dich grüße ich auch. Oh, yeah. Ich bin Mörder. Oh, bist du wirklich Mörder? Yeah. Dann solltest du dich von mir in Acht nehmen. Von mich in Acht nehmen? Von mir? Von mir heißt das. Okay, dann nimm dich von mir in Acht, Lamy. Können wir mal sehen? Nein, 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 nein. Wo ist meine Waffe? Wo ist meine Waffe? Let's go. Hehehe. Habt ihr das gesehen? Alter, das ging ja auch richtig schnell. Oh, ja, Freunde. Habt ihr das gesehen? Ich wäre beinahe weggeschnitzelt worden, aber nicht mit mir. Mit der Springtaktik mache ich alle fertig. Guckt euch das an, wie ich die wegschnitzel. Abgefahren dafür müsst ihr unbedingt einen Daumen nach oben lassen. Ach so, was von. Ich lasse sogar zwei Daumen nach oben da. Wie geht das denn, Lamy? Ich lag einfach mit zwei Accounts. Moment mal, komm ich mal durch. Nee, nee, du bist leider zu dick geworden. Doch, ich bin... Ich bin doch durchgekommen. Okay, warte, schau ich es. Let's go. So, let's, let's go. Wann spielt ihr das Lamy Brokehaven? Freunde? Stimmt, das wollten wir auch gleich noch machen. So, aber da bleiben wir wirklich nicht lange drin. Das ist dann nur noch der Schluss. Oh, das geht ja... Oh oh, da hinten wurde umgeschnetzelt. Wo? Wo? Ich glaube, bei den Toiletten. Ja, bei den Toiletten. Oh, ich komme nicht vorbei. Nein, nein, nein. Lauf, 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 lauf. Wohin, 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 wohin? Oh oh, du bist tot, du bist tot, du bist tot. Ich dachte wirklich, ich schaffe es noch. So, jetzt musst du mir mal zugucken. Ich zeige ihm mal, wie der Profi das macht. Lamy, ich war ihm ein Profi. Erzähl keinen Quatsch. Okay, Jonna, ich grüße dich. Wo ist der? Oh oh. Hast du ihn? Nein. Oh Lamy. Ich glaube an dich. Wo ist er denn? Ich glaube an dich. Hey, Emily, was geht ab bei dir? Was machst du denn da? Hey. Ah. Oh oh. Ja, genau das mache ich, was du auch machst. Einfach rumhängen. Heißt du, Nico? Was geht ab, Nico? Und Max? Oh, Max von eben? Der große Bruder? Oh, von Jerry. Ah nee, warte mal. Max war unser großer Bruder und Jerry war der Nachbar. Ja, ja. Ja, ja. Sein bester Freund. So, der schnitzelt alle weg und es lebt nur noch einer. Okay, hol dir die Waffe. Hol dir die Waffe, du schaffst das. Warte, bist du an der Waffe vorbeigelaufen? Ja, ist er und wir haben verloren. Oh Mist. Okay, aber dafür hat er ein Emily T-Shirt an. Das darf der also. Hey. Hey, was denn? Kannst du bitte dich zeigen? Hm, Emily, kannst du dich mal zeigen? Hey, Lami, zeig du dich doch. Und jetzt, wo du den Playbutton hast, wolltest du nicht da so ein gewisses Video hochladen? Ja, wenn ich den Playbutton auch mal bekomme, du schlaue Meier. Ja, ja, ja. Oh, stimmt, du hast recht. Oh, Moment mal, wie sieht VX denn jetzt aus? Wie eine Ente. Oh, voll vergessen, ey. Oh Mann, Freunde, ich hätte auch so gern einen Playbutton. Den Tag, an dem ich einen Playbutton bekomme, den feier ich jedes Jahr. Oh yeah. Ja, aber dafür brauchst du erst mal die 100.000 Abonnenten. Deswegen, Leute, abonniert mal alle ganz schnell den Kanal. Mhm. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und ein Like da lassen, Freunde. Das würde mich mega, mega unterstützen. So, Freunde, dann wollen wir mal schauen. So, einer wurde umgeschnetzelt, Lamy. Äh, Lamy, Emily, sage ich. Ähm, ja, ja, Lamy ist klar. Ja. Was? Moment mal, du warst der Mörder? Oh Mann, Freunde, warum hatte der denn auch eine Waffe? Du Loser. Oh, das war ja wirklich absolut schlecht. Aber, Freunde, ich hatte gerade wieder total Herzrosen. Als ich gesehen habe, ich bin ein Mörder, ey. So, okay. Irgendwie werde ich echt nie Mörder, wenn wir das im Stream spielen. Und ich habe immer nur 8% Chance. Hast du auch nur 8%? Oh Mann, ich muss dir wirklich sagen, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ich kann aber jetzt gleich mal gucken, was ich für Prozente habe. Ich war Mörder, ich war Sheriff und Mörder. Also, ich war noch gar nichts. Oh ja, okay. Hier wollen schon manche wieder ins Lamy Haven. Freunde, wie viele Runden wollen wir noch spielen, Lamy? Hm, ich würde sagen so 2 Runden. Okay, dann spielen wir noch. Äh, zählt diese dazu? Ja, wenn du willst. Also, nur noch die nächste Runde, also. Ja. Okay, also, dann spielen wir noch die und noch eine. Und dann gehen wir zum Abschluss noch ins Lamy Haven. Wir haben jetzt schon anderthalb Stunden fast den Stream online abgefahren. Cool, ey. Aber sowas von. Das war auch ein cooler Stream, muss ich sagen. Oh ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Wieder, wie immer. Freunde, ich liebe es, mit euch zu streamen. Es macht immer wieder mega viel Spaß. Oh, guck mal, ein Pizza Boy. Jetzt habe ich aber auch wirklich Hunger auf Pizza. Guckt euch diese saftige Salami-Pizza an. Moment mal, das ist wieder V-Rex. Der hat immer so komische Skins, ey. Der hat aber auch abgefahrene Skins. Oh, jetzt langsam bekomme ich Angst, wenn hier so viele sind. So, und hier mache ich oben den Monkey Dance. Oh yeah. Und ganz viele wollen jetzt auch ins Lamy Haven. Sofort, Freunde. Oh, ich glaube, da hat jemand einen umgeschnetzelt. Oh, wirklich? Warte mal. Ich habe diese Map hier gerade mit der... Oh, hier ist eine Leiche. ...eben verwechselt. Wo denn? Warte mal, hier. Ähm, ach so, hier etwa? In der Mitte. Aha, interessant. Der läuft jetzt außen rum. Also, Emily, du musst da den anderen Ausgang gucken. Wer läuft da raus? Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall da reingelaufen. Oh, warte mal. Hä? 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 Oh, nein. Wow. Warte mal und nimm das. Nimm du. Lamy, du schaffst das. Du schaffst das. Du. Ah, nein. Du musst es schaffen. Okay, ich muss mich kurz verstecken. Leute, ich nehme die Waffe. Leute, ich nehme gleich die Waffe. Ich verstecke mich nur. Wieso, ich möchte mich mit der Katze verstecken. Oh. Okay. Oh. Komm schon. Wo ist die Waffe? Wo ist die Waffe? Aber der hat alle umgeschnetzelt. Ah. Okay. 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 Ja. Let's go, Freunde. Ich bin ein geübter Cheryl wie immer. So. GG. Let's. Oh, jetzt hat man gar nicht meine Emotes wieder gesehen. Freunde, ich habe mir nämlich Emotes geholt. Schaut euch den mal an. Warte. So. Äh, so. Äh, so. So. Und zack. Ein Spagat. Let's go. Warte mal. Hatten wir den auch? Ich mach den Affenkanz. Oh, nee. Ich dachte schon. Was? Nee, nee, nee. Au. Au. Hey, was machst du da mit deinem Kopf, ey? Das war nicht mein Kopf. Äh, zum Glück nicht. So. So. Aber, Freunde. Aber, Freunde. Äh, äh, ich möchte hier keine Beleidigung sehen. Äh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, was ich bin. Aber ich glaube, ich bin eh entschuldig. Ich möchte wirklich keine Beleidigung sehen, also nochmal so etwas, dann muss ich dich leider, ähm, entfernen aus dem kompletten Life jetzt hier. Oh. Hä? Äh, äh, warst du das? Nö. Nö? Aber ich habe es gesehen. Oh, abgefahren. So, wollen wir jetzt in dein Brookhaven. Okay, dann lass uns mal da reingehen. Moment mal, lass uns noch, äh, vielleicht auf die nächste Runde warten. Vielleicht werde ich auch mal Mörder, ey. Oh. Nee, das geht leider nicht. Hey. Ich möchte keine Beleidigung sehen. Ach so. Äh. Nicht an dich, aber hier hat jemand die ganze Zeit etwas reingeschrieben. Freunde, das muss doch nicht sein. Ihr könnt doch einfach etwas Nettes schreiben, anstatt etwas Gemeines. Und vor allen Dingen, wenn ihr nichts Nettes zu sagen habt, dann sagt doch einfach gar nichts. So, Kira, wir grüßen dich. Okay, so. Ah, Malu. Ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig. Okay, wir können verlassen. Wirklich in dein Brookhaven. So, ich muss das jetzt mal nur kurz finden. Eine Sekunde, Freunde. Okay, Freunde. Jetzt haben 100 Leute die Chance, hier reinzukommen. Also, klicke jetzt alle auf den Link. So, da habe ich es schon. Ähm. So, da habe ich es schon. So, Freunde. Jetzt geht es los. Klicke alle auf den Link. Äh. Einer hat meine Mutter beschimpft. Freunde. Das muss doch nicht sein. Wenn ich sowas sehe, dann versuche ich dir natürlich zu stummen, weil sowas geht gar nicht. Oh, ich sehe hier eine lange Nachricht. Du bist meine Lieblings-YouTuberin. Das, äh, ähm... Hey. Hey. Wie lest du denn? Hast du das Lesen verlernt? Danke schön, auf jeden Fall. Ich habe so halb gelesen, weißt du? Mhm. Du kannst doch gar nicht lesen. Ach, Lami. Jetzt ist doch kein Quatsch. Äh, Emily, bin ich zu spät? Ähm. Ja, jetzt auf jeden Fall. Bisschen schon. Also, wir werden jetzt nicht mehr viel Großartiges machen, denn ich habe auch langsam Hunger, müsst ihr wissen. Mein Nagel knurrt schon die ganze Zeit. Oh, Mann, kennt ihr das? Das ist echt ein unangenehmes Gefühl. Moment mal, ich glaube, ich habe den falschen Link geschickt. Oh, okay. Sorry, Leute. Upsi. Der Link geht nicht. Ja, dann war der halt nicht richtig. Oh, Autounfall. So, hier ist der Link. Sorry, Leute. Mein Fehler. Das nehme ich auf meine Kappe. Oh, schade. Ja, das ist schade. Aber Lami und ich werden ja oft, äh, Livestream. Also, am besten immer abwechselnd, das versuchen wir. Also, werdet ihr immer wieder die Möglichkeit haben, unsere Livestream zu gucken. Und wir versuchen natürlich, jeden Livestream so cool wie möglich zu gestalten, dass der einfach nur cool für euch ist. So, okay, Freunde. Jetzt sind auf jeden Fall ein paar Leute reingekommen. Wir brauchen den Link für Murder Mystery, Freunde. Murder Mystery ist schon vorbei. Jetzt wird Lami Haven gerockt. Let's go. Okay, ähm, okay. Okay, sehr interessant. Emily, du bist die coolste YouTuberin, schreibt Franziska. Oh, danke schön, Freunde. So, ich schicke den Link nochmal rein. So. Darf ich ins Game kommen? Dann musst du ganz schnell auf den Link drücken. Vielleicht kommst du dann ja noch rein. Kannst du die privaten Server gratis machen? Freunde, das habe ich wohl vergessen. Das mache ich noch. Okay. Was spielst du? Ich bin jetzt gerade auf dem Lami Haven Server. Ähm, ich grüße dich, Kata. Und Isaac, dich grüße ich auch. Ich komme nicht rein. Dann ist der Server wahrscheinlich schon voll, Freunde. Das tut mir ja natürlich leid. Du bist mein Leben, Emily? Oh, Lami, ich glaube, da macht dir jemand Konkurrenz. Hey. Ihr seid die besten YouTuber. Freunde, ihr seid die besten Zuschauer. Wirklich. Das muss ich jetzt mal sagen. Das stimmt. Hier schreibt jemand, ich bin ein Noob. Okay, interessant. Bäh. Naja, wenn ich ein Noob wäre, dann hätte ich nicht eben so rasiert mit dem Sheriff. Hehe. Hä, das stimmt doch gar nicht. Du hast voll abgelust. Ja, ja. Ich war mega krass, Freunde. Ihr habt es gesehen. Ich grüße dich, Sarah. Oh, Freunde. Ja, wer jetzt reinkommt, ist leider zu spät. Wir bleiben wirklich nicht mehr lange live. Aber was wir noch machen, ist auf jeden Fall Mario Kart spielen. Let's go. So. Darius, auch dich grüße ich. Lami, Dich grüße ich auch. Juli, ich grüße dich. Franziska, dich grüße ich auch. Äh, John oder Gene oder ich grüße dich auch. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Jedes Mal habe ich, glaube ich, Probleme damit. So, alle werden eingefroren. Oh Mann, ey. Muss ins Bett. Oh, stimmt. Es ist ja schon spät, Freunde. Und heute ist Dienstag. Morgen ist natürlich auch Schule. Natürlich müsst ihr dann auch ins Bett gehen. Dafür haben wir Verständnis. Und Toma, Dich grüße ich. Abby, auch Dich grüße ich. Rauf, Dich grüße ich auch. Arthur, ich grüße Dich. Und Hi, Carina. Ich grüße euch auf jeden Fall auch alle. Darf ich schnell rein? Vielleicht schafft es ja noch jemand reinzukommen, wenn der Server noch ein Platz da ist. Ähm, aber versprechen kann ich euch leider nichts, Freunde. Lami, kannst du mich mal enteisen? Ja, mache ich schon. So. Ira, ich grüße Dich. Emma, grüße ich. Dankeschön. So, wollen wir noch ein Rennen machen? Aber du weißt doch eh, dass du verlierst. Ja, ja, das werden wir jetzt sehen, Emily. Okay. Oh, okay. Let's go. So. Ich nehme das Auto. Na gut, aber Moment mal. Wollen wir das nur alleine machen oder noch mit ein paar anderen? Lass uns eine Runde alleine. Und dann können wir noch welche reinholen. Okay. Freunde, was fand ihr? Wer wird gewinnen? Emily oder ich hier? Mario Kart. So. So. Okay. So. Bist du ready? Ich bin sowas von ready. Du gibst den Countdown. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Los. Oh, ganz schnell. Wow. Oh, yeah. Du hast keine Chance, Emily. Oh, das Ding ist auch wirklich nur du. So. Ich werde gewinnen. Ich möchte aber wirklich nicht nach hinten gucken. Hey, das war unfair. Was war denn jetzt schon wieder unfair? Hey, das war richtig unfair. Wir spielen drei Runden. Okay. Aber du willst jetzt nicht sagen, ich habe dich irgendwie beschubst oder angefahren oder so. Natürlich. Ich war bestimmt drei Meter von dir entfernt. Du hast mich voll gecrasht, ey. Oh, Mann, Freunde. Ihr müsst wissen, Lamy, jetzt geht gerne mal lügen. Wie soll ich denn hier lang kommen? Hey. Haha, du Loser. Warte mal. Seht ihr das? Lamy hat eine Abkürzung genommen. Nimm doch gar nicht. Freunde, das habt ihr gesehen. So. Lamy, du bist so gemein. Du überholst mich nicht mehr. Oh, Mann, wie unfair. Lamy ist wirklich ein schlechter Verlierer. Hä? Ich habe ihn doch gar nicht verloren. Ähm. Ah. Ähm, ich meine ein... Ähm, doch, du. Hütte ist verloren. Oh, nein. Oh, du bist ja voll dich hinter mir. Ich fahre dich gleich an, Lamy. Ich fahre dich an. Let's go. Haha, du Loser. So, dann machen wir mal den Lamy. Zack, zack, zack. Hey, das ist unfair. Ja, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Oh, Mann, ey, Freunde. Ich würde so auf jeden Fall gewinnen. Das ist jetzt schon mal klar. Ich hole den Sieg zurück zu Team Emily. Oh, nein. Moment mal, ich komme jetzt. So, Freunde. Der hat gar keine Chance. Brennst doch mal ab, wenn du dich traust. Oh, nein, das werde ich nicht machen. Ich werde jetzt einfach ins Ziel fahren. Let's go. Und, 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 und. Noch eine letzte Runde. Oh, nein. Das waren drei Runden. Letzte Runde. Freunde. Lamy kann nicht verlieren, müsst ihr wissen. Er kann wirklich nicht verlieren. Ihr habt alle gesehen. Ich habe gewonnen. Ich hätte zehnmal gewonnen. Und, tada. Hier ist der Gewinner. Das wünschst du dir. Okay, hier ist schon jemand. Dann können wir ja schon mal die nächste Runde anfangen, oder? Mhm, mhm. Oh, Mann, Lamy. Lamy, du machst mich wirklich fertig, muss ich sagen. Okay, Moment mal. Ich werde ein paar mal hier aus dem Gefängnis holen. Oh, Mann, Lamy. Hier schreiben alle. Och, Lamy. Oh, mein Gott, ihre Stimme und Lache. Freunde, ich habe gerade wirklich fast einen halben Lachkampf bekommen, weil Lamy so ein Schummler ist. Hä, das stimmt doch gar nicht. Oh, doch, doch, doch. Das haben wir alle gesehen. Emily ist ein Schwächling? Oh, Mann, nach dieser Runde glaube ich eher nicht. Lamy, du Verlierer. So. Okay, mal gucken, wer es hier noch hinschafft. Ich sehe keinen Link. Ja, weil der Server auch schon voll ist. Spiel bitte was anderes, Freunde. Wir spielen jetzt hier noch ein bisschen und dann ist der Livestyn auch zu Ende. Ich glaube, wir machen nur noch so zehn bis zwanzig Minuten. Dann waren wir zwei Stunden live. Ihr müsst wissen, ihr müsst auf jeden Fall morgen in die Schule und ich habe Hunger auf jeden Fall. Oh, ich habe auch Hunger. Oh, du kriegst aber nichts. Bitte grüß mich, ich grüße dich rauf. Okay, da musst du jetzt mal gucken hier. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Guckt euch das an, was Lamy macht. So ein Schummler, ey. Und let's go. Oh, Moment mal. Oh, Mann. Zack, und es geht los, Freunde. Warte mal, ich kann nicht fahren, mein Auto ist kaputt. Ja, ja, das hätte ich auch gesagt. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin aus der Bahn, Lamy. Hä? Hä? Warum denn? Ähm, ja, ich bin einfach... Ich bin einfach rausgefahren. Ja, du bist einfach nur schlecht, ey. So, jetzt warten wir auf den kleinen Lamy. Oh, weia. Ich habe morgen Abschluss, letzter Tag in der Schule. Was? So weit ist es schon? Oh, Lamy, du bist hinter mir. Äh, Moment mal, bleib stehen. Oh, ich sehe nichts. So. Ah. Oh. Oh, Gott. Okay, ich glaube, ich gebe auf. Mein Auto lässt sich nicht mehr fahren. Verlierer, Verlierer. Oh, hört euch das an, was der redet. Machst du morgen wieder Live-Chat? Freunde, das kann ich euch noch nicht sagen, aber ich glaube eher nicht. Ich meine, dass Lamy als nächstes streamen wird. Mhm. Mhm. Denn ich habe jetzt zweimal hintereinander gestreamt. Ich glaube schon. So, ich rede jetzt noch ein bisschen mit euch, während Lamy sich seinen unfairen Sieg holt. Und gewonnen. Yeah. Oh, ich muss morgen nicht in die Schule. Ich bin krank. Freunde an alle, die krank sind. Gute Besserung an euch. Trinkt wirklich ganz viel Tee. Das hilft immer. Tee und Wärmflasche. Das hilft immer. Auf jeden Fall. Das kann ich euch sagen. Tee, Tee, Tee. Jeden Tag Tee. Tee mit Honig. Oh ja, Tee mit Honig ist lecker. Lamy ist ein Feuillierer. Oh ja. Nicht schimpfen. Äh. Habe ich geschimpft? Oh. So. Okay. Jetzt gibt es glaube ich noch einen Schwerterkampf. Ja, ganz genau. Das geht los. Oh, Freunde. Ich werde ihn verlieren. Er wird gewinnen. Zack. Ist das VWX? Oh. Oh Mist. Ich habe mich leider hingesetzt in Loops. Was? Voll doch. Okay. Ton, lol. Es tut mir leid. Aber das war es leider für dich. Schönen Tag noch. Ah, mich kann niemand besiegen. Ah, nein. Ich bin tot. Wer eben beleidigt. Ja, Freunde. Bitte nicht beleidigen. Sonst muss ich euch leider aus den Streamen entfernen. Und das ist schade. Kannst du meine Cousine grüßen? Die heißt Milena. Ich grüße dich, Milena. Hier wird gestritten. Oh Mann, Freunde. Wir wollen doch alle nur gute Laune, Freude und Glück verteilen. Und Burger. Ähm, okay. Oh, oh. So. Ruhe in Frieden. Oh ja, ich bin schon gestorben. Wo bist du eigentlich, Lamy? Ich fliege jetzt hier nach oben und teleportiere euch alle zu mir. Oh. Dankeschön. Lamy Noob. Ich grüße dich, Jana. Ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Lamy? Was sagst du dazu? Hm. Ich hab Hunger. Oh ja, ich hab auch Hunger. Freunde. Okay. Ich würde sagen, wir beenden jetzt mal langsam den Stream. Das war wirklich ein mega cooler, aber auch mega langer Stream. Ich glaube, so lange habe ich noch nie gestreamt, oder? Das kann gut sein. Okay. Also, Freunde. Ich wünsche euch wirklich noch einen schönen Abend. beziehungsweise eine schöne Nacht. Ich hoffe, ihr habt morgen einen coolen Tag. Oh, danke schön, Lamy. Ich hoffe, ihr bleibt gesund, schreibt gute Noten und ist immer gut. Oh, ja. Willst du noch einen Schlusswurz? Lamy? 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 Emily Bar, was machst du denn da? Wie eklig. Wie eklig. Sag noch etwas zum Schluss jetzt. Hm. Okay, Freunde. Vergesst natürlich nicht, eure Zähne zu putzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Oh ja. Das ist wirklich wichtig. Und jetzt können wir alle noch einmal furzen. Oh, Mann. Eklig. Oh ja, Freunde. Also, lasst auf jeden Fall noch einen Daumen nach oben da. Damit würdet ihr mich mega, mega unterstützen. Abonniert natürlich den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr auch nie wieder Livestreams und kommt auch nicht zu spät. Hä? Oh, warte mal. Wie sehen die alle aus? Dann kommt ihr auch nicht zu spät. So. Und wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder. Und tschüss. Ciao, Kakao. Oh, einfach da oben.